So YouTube, hallo, hallo, herzlich willkommen zu Geotestik. Was ist Geotestik? Wir werden irgendwo in der Welt abgesetzt und müssen genau herausfinden, wo wir sind. Wir lassen uns dafür drei Runden geben und nehmen so viel Zeit, wie wir wollen und machen das ganz gemütlich. Es geht darum, genau zu sein und nicht stell. Und deswegen würde ich sagen, starten wir rein mit Runde 1. Und ich hatte gerade einen wunderschönen Internetabbruch. Die Runde davor, da waren wir in Guatemala. Ich wusste in der ersten Minute, wo wir sind, Internet weg. Ich musste die Folge verwerfen. Ich hoffe, diesmal hält das durch und wir können herausfinden, wo wir sind. Pozo de Tigre. Asociane de Transporte. Tigre liegt in Peru. Sofern ich mich richtig erinnere. Irgendwo hier hinten oder so. De Tigre. Takna, Tigre. Das ging so weit. Ne, das ist schon nicht mehr Dings. Wo war Tigre? Ich weiß, Tingo. Das habe ich ewig gesucht, die paar Mal. Tigre, Tigre, Tigre. Pozo de Tigre. Ja, werden wir auf jeden Fall finden. Vielleicht ist es auch ganz woanders. Aber erst mal in die Richtung denken. Da haben wir auch einen Ortsnamen. Vielleicht können wir da reinfahren. Natürlich nicht. Shit. Hier würde was draufstehen. Nicht wahr? Und da vorne auch. Aber erst ist der Traktor davor. Pozo de... Achso, okay. Pozo de Tigre heißt wirklich der Ort. Pozo heißt nichts anderes. Okay, Pozo de Tigre kenne ich nicht. Der ist ja viel zu klein. Okay, da steht auch nur irgendein Hinweis dran. Hilft auch nicht. Abweichens sind wir auf einer großen Straße. Dann könnte Pozo de Tigre natürlich auch woanders liegen. Da sind wir mal ehrlich. Er sieht auch ein bisschen zu... nass aus. Und so vom Feeling her nicht nach Peru. Buenos Aires, sagst du, Maxi? Ja, weiß ich nicht. Würde ich jetzt auch nicht so sehen. Also vielleicht irgendwo im Hinterland könnte sein. Aber ist ja Pozo de Tigre. Das ist ja nochmal was anderes, würde ich zumindest denken. Okay. Die Tiere sind recht abgemagert. Das ist also... Ja, nicht so gutes Zeichen für die Tiere auf jeden Fall. Es ist sehr flach. Ich kenne ein Land, was flach ist. Gelbe Markierungen hat. Und dann sind wir nämlich hier bei Uruguay-Argentinien drüben. In der Ecke hier. Also bis hier oben und hier irgendwo vielleicht. Das würde dann für Buenos Aires vielleicht sprechen, für diese Ecke. Wir brauchen mehr Hinweise. Mehr Hinweise. Da haben wir doch die Hinweise. Guckt mal an. Bolivien. Bolivien. Okay, da war ich wirklich, ich war glaube ich dreimal oder so insgesamt da und immer bei Lastpass. Einmal hier, einmal da und einmal in Lastpass. Wirklich, das ist so eine krasse Kante. Also ich glaube, die muss man einmal in seinem Leben gesehen haben. Aber andererseits will man nicht nach Lastpass. Deswegen reist den Geotastic dahin. Okay, und wir sind bei der 4. 1, 2, 3, 4. Die 4 geht bis hier ran. Und wir sind ja da, wo es flach ist, nicht? Also entweder sind wir hier unten. Würde ich schon fast sagen. Und die 4 endet hier. So, San Rosé. Okay, ich mach mal so. Dann können wir die Sachen auch wieder lesen. Puerta Suárez. Puerta gibt es hier die ganze Zeit. Puerta Barador. Natürlich Buane Vista. Ihr wisst, Poza del Tigre. Da haben wir es. Da geht die 4 nämlich weiter. Ganz fies. 4 hier auf und 4 hier weiter, nicht? Hier durch geht sie. Ah. Okay. Ich sehe zwar nicht, warum Santa Cruz nicht hier drauf steht. Achso, weil es in eine andere Richtung liegt. San José Chicotes ist das sogar. Robore müsste ja denn hier hinten irgendwo sein. Robore. Und Porto Suárez hier hinten. Boah. In Brasilien schon fast. Okay. Wir sind aber bei Porto del Tigre. Und stehen hier bei der Einfahrt in die Stadt, in das Dorf. Und das ist südlich. Und dann können wir eigentlich ja nur hier stehen. Vielmehr bleibt uns ja nicht übrig. Und ich würde einloggen on 4,21 Meter. Jawollo. Yes. Sehr stark. Glück gehabt aber auch ein bisschen. Und. Wir sind in Runde 2. Oh. I think I know where we are. Ich vermute. Wir sind. Nee. Nee, nee, nee. Nicht dieser Flughafen. Wartet. Das ist wieder Kokos Keeling. Das sieht nämlich so aus wie die Straße, die Air Force Road. Sind hier Sandsäcke? Ich erkenne es an der Hand der Sandkörner. Das kann eigentlich nur Kokos Island sein, nicht wahr? Palm auf jeden Fall Insel. Könnte höchstens noch Panama irgendwo sein. Aber. Wir können mal kurz gucken. Die Sonne steht. Die steht genau im Norden. Also okay. Kein Hinweis die Sonne diesmal. Wir haben auf jeden Fall heute sehr viel Glück mit sehr schönen Stränden. Und sehr schönen Ecken, nicht? Da will man. Gut, von den Temperaturen her nicht. Aber guckt mal hier. Die Bank schön im Schatten. Und dann aufs Meer gucken. Und dann kommt so eine Tsunamiwelle. Alter. Ich glaube, das ist mein schlimmster Albtraum. Was ist denn so euer schlimmster Albtraum? Aber so eine Tsunamiwelle. Du bist irgendwo. Und dann kommt so. Es wird immer höher. Und es bricht ja dann nicht, nicht? Es kommt ja dann einfach nur an. Und dann ist es einfach da, nicht? Du denkst die ganze Zeit. Die musst du doch mal umbrechen. Oh, nee. Lass mal. Davon kriege ich echt Albträume. Also das ist neben Atomkraftwerkexplosion, wenn man neben Atomkraftwerke wohnt, mit der schlimmste Albtraum, den man haben kann, glaube ich. Tsunami und Atomkraftwerk. Nee. Gibt genug andere Arten, wie man umkommt. Da brauche ich die beiden nicht auch noch. Und vor allem nicht in meinen Träumen. Wow. Hier hast du auf jeden Fall krasse Sandstrände, nicht? Also auch krassen Sand. Richtig kalkhaltig. Sieht teilweise sehr weiß aus, nicht? Boah, aber es ist länger als Kokos Island. Mein schlimmster Albtraum sind Orte mit den Namen wie Santa Cruz, sagt Maxi. Oh, ja. Das kann ich sogar nachvollziehen. Weil, ähm... Oder Boah, ne Vista. Weil die ständig irgendwo auf der Karte auftauchen, zumindest in Geotastic. Und du weißt halt deswegen null, wo die sind. Und Santa Cruz hat meistens noch irgendwie einen zusätzlichen, ähm, Zusatz, nicht wahr? Und hallo Tyron. Zum Beispiel Santa Cruz de la Chipella. Santa Cruz de la bla bla bla. Santa Cruz Poro Poro. Oder Billinga de Santa Cruz. Und die schreiben aber nur Santa Cruz hin. Boah, es ist so schlimm. Kennst du mich noch von gestern? Auf jeden Fall. So manche Namen kann ich mir merken. Ich kann mich zumindest erinnern, dass du schon geschrieben hast. Was wir geschrieben haben, wüsste ich nicht mehr. Äh, im Detail. Dafür müsste man oft schreiben. Dann merke ich mir auch ein paar Details. Aber ich erkenne euch wieder, wenn ihr wiederkommt. Natürlich. So, jetzt sind wir an einem wunderschönen Strand, nicht? Ich finde, wir können ja auch für die ganze Folge hier bleiben, nicht wahr? Aber schön, dass ihr hier seid. Malerisch. Äh, zurück. Ich weiß jetzt nicht, in welche Richtung wir gefahren sind. Shit. Warte mal. Äh, back to previous position. Wir sind Richtung Norden gefahren. Alles klar. Dann fahren wir jetzt Richtung Süden. Ja, aber wir sind doch Richtung Süden gefahren. Hä? Und auf einmal sind wir Richtung Norden gefahren? Na, ich glaube, ich habe mich nochmal umentschieden, nicht? Weil ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir so eine Straße hier hatten. Ja, okay. Die geht rum. Das heißt, wir könnten hier unten sein. Dann waren wir gerade beim C4 Skite Beach. Und wir starten nach Nordwesten. Würde ich sagen, sind wir hier. Und das da vorne. Äh, da. Ne, das geht nach Südwesten weg. Warte mal. Du gehst nach Südwesten. Okay, das wäre die Richtung unserer Straße. Das geht ja gar nicht. Äh. Können wir eigentlich nur auf der hier sein? Ich dachte, das hier ist das vielleicht. Aber Yacht Club haben wir auch nicht gesehen. Okay, wir müssen mal nach Norden fahren. Wake Island, sagst du? Auch interessant. Äh, aber ich glaube, Wake Island... Ach, das ist eine Abdeckung? Achso, das ist ja Wake Island. Ja, haha. Ja, stimmt. Oder? Gibt es nochmal Wake Island? Ne, ne, Kokosinseln sind nicht Wake Island. Es gibt nochmal Wake Island, aber es sieht aus wie die Kokosinseln. So rum. Wo sind denn die? Oh. Mauritius. Oder war doch Weihnachts... Ach, ich weiß das auch nicht. Bin auch nicht so der Battlefield-Dings. Aber ich kenn's auf jeden Fall auch von den alten Teilen. Aber die neuen hab ich alle nicht mehr gespielt. Bin auch zu langsam für Shooter geworden. Ich brauch mehr so einen Shooter wie... Wenn überhaupt wie Dingensbummens. Doch, da ist der Flughafen. Ja, dann sind wir genau da, nicht? Wenn das hier die Flughafenstraße ist, sind wir nämlich auf der Air Force Road. Da müsste hier gleich, äh, Sandsäcke kommen. Äh, ja. Okay. Hier waren wir schon mal. Dann sind wir wirklich gerade nämlich an der Stelle, weil hier liegen die Sandsäcke. Dann sind wir irgendwo hier. Und deswegen nach Südwesten irgendeine Straße, die abgeht, hilft uns nicht wirklich. Shit. Oh, wir sind aber direkt zwischen dem Wasser, nicht? Das hier ist die, äh... Das ist die hier. Glaub ich. Die macht dann nämlich so einen Bogen. Und hier sind wir das letzte Mal raufgekommen. Okay. Das heißt, da vorne laufen die irgendwo zusammen. Oh, das ist echt mies. Weil was ist hier eine Straße so wirklich? Okay, das hier ist das Ding. Das ist dann hier. Genau. Und wir stehen wo? Eher westlich. Nordwestlich. Irgendwo hier. Shit. Oha. Ich meine, schön sieht es hier aus. So, da ist es sogar schon. Das heißt, wir sind nicht so weit weg von da. Wahrscheinlich stehen wir denn hier und ich sehe den Abzweig nur nicht. Oder der Abzweig wäre doch das hier. Warte mal. Aber der geht nach Südwesten. Norden, Osten, Süden, Westen. Der geht eigentlich so weg. So. Aber da kommt ja schon die Kurve. Die hier. Ich sag mir, ich weiß nicht. Mir fehlt die Straße hier. Das ist sie. Das ist die Auffahrt. Weil das ist doch zu einer Parallelstraße. Oh, Mann. Ich meine, das sind auch ganz andere Dimensionen, nicht? Das sind nur ein paar Meter hier. Ich sag, wir stehen jetzt da. Das wird schief gehen. Oh, wir stehen da. 2,56 Meter. Ist es falsch eingezeichnet. Oh, mein Gott. Wirklich. 6000 Punkte. Ja, wir sind bis zum Ende gefahren. Aber sah hübsch aus, nicht? Da fahren wir auch gerne mal über die Insel rüber. Und deswegen geht es weiter nach Runde 3. Wir haben ja noch 15 Minuten erst gebraucht. Da haben wir noch ein bisschen Zeit. Welcome to the Shire of Choir Riding. Okay. Golden Crane Coffee. Bakery. Offen Coffee. Hot Food. Tea Rooms Butcher. Südafrika. Alter, was ist denn das für ein Riesenauto? Und warum parkt das bitte vor dem Laden? Das ist kein Auto, nicht? Das ist dieser mobile, ähm, so ein, ja, äh, besserer Rollstuhl, nicht? Damit man auch bei schlechtem Wetter unterwegs sein kann. Okay. Interessant. Sieht auf jeden Fall funny aus. Aber eigentlich reicht das ja auch nicht, um irgendwo hinzukommen. Ein paar Einkäufe reinpacken. Tippitoppi. Warum nicht auch nur das? Okay. Und Quer Riding? Tja, irgendwo hier. Wir gucken mal. Die Sonne ist im... Leicht im Norden. Also sind wir im Süden. Würde ich zumindest vermuten. Oh, wir könnten... Auch auf Guam oder sowas sein. Das würde von der Sonne besser passen. Okay, wir müssen mal ein bisschen rumfahren. Aber Bakery und England schon ein bisschen komisch, nicht? Aber die Autos auf jeden Fall sehr breit. Und falls ihr Autoreifen braucht, ich hab noch ein paar für euch gefunden. Quer Riding, Quer Riding. Ich mein, die schreiben so oft ran, als ob man wissen müsste, was Quer Riding ist, nicht? Hier steht's überall. Quer Riding, Qua Riding, Qua Riding. Malakai Park. Ah, sieht schon sehr australisch aus, nicht? Nach Dinkum oder so. Ähm, was wir gespielt haben. Okay, crazy. Aber noch eine lustige Geschichte für zwischendurch. Ähm, ich hab ja... Wir haben vor, vorgestern den YouTube-Partner-Status erreicht. Vielen Dank dafür nochmal. Auch für die ganzen Follows und Likes. Die haben sehr geholfen dabei. Ähm, und ich hab alles eingerichtet, nicht? Du musst erst da ein Konto einrichten. Dann musst du das einrichten. Dann musst du die Information hinterlegen. Dann musst du das hinterlegen. Und das machst du alles. Und aus Reihen. Schon mal gut. Ähm, und dann mach ich das alles. Und dann läuft es zwei Tage. Und auf einmal muss ich schon wieder irgendwas hinterlegen. Und machen und einrichten. Boah. Das ist auf jeden Fall ein bürokratischer Aufwand. Und das bei einer digitalen Firma. Schon ziemlich anstrengend. Dafür aber auch sicher, ne? Muss man ja auch so sagen. Kano Vindra. Ja, ich glaub wir werden's nicht durch Zufall sehen. Ich, das ist jetzt nicht so groß. Ich glaub die machen sich größer als sie sind mit ihren Korra Vinga. Ich dachte, man sieht sie nur vielleicht durch Zufall auf der Karte. Commonwealth Hill. Wilbogie. Alice Springs. Aber da, ja gut. Da vorne kommt schon grüne Schild. Vielleicht hilft uns das weiter. Die nächste große Stadt ist Meriden. York Meriden Road. Okay, Meriden. Meriden. Sagt mir so gar nix. Meriden. Was haben wir noch? Narumbin und Bruce Rock. Narumbin und Bruce Rock. Ich würd echt gern mal nach Australien. Aber ist mir einfach viel zu teuer, nicht wahr? Das ist es mir dann wieder nicht wert. Ich glaub, wenn ich einmal da wär, würd ich bleiben. Aber die Insekten da sind schon echt Arsch. Meriden muss doch was Größeres sein. Das muss doch sichtbar sein. In der Zoom-Stufe. Auf jeden Fall. Wer es sieht, schreit. Meriden. Habe ich aber auch noch nie gelesen, die drei Namen, dass ich das zuordnen könnte. Das ist bestimmt Kentucky, Australian Beach. Ja, so eine Scheiße. Hallo, Blugs. Kann's auch manchmal sein, nicht? Du denkst so, das ist definitiv da. So wie ich vorhin dachte, das ist Mexiko. Und auf einmal waren wir in Ähm, Kyrgyzstan. Es sah 100% gleich aus von der Form her. Nur die Bergausrichtung hat nicht gepasst. Und daran hätte ich es eigentlich gleich merken müssen. Ich hab keinen Berg in Mexiko gefunden, der in die Richtung ging, die ich gesucht hab. Und das hätte so das Warnsignal sein müssen. Den gibt's nicht. Gut, die Runde war eh verloren. Aber, ähm, das hat mich dann schon geärgert. So, Meriden. Bitte melde dich. Ähm, ich mein, 125 Kilometer Bruce Rock. Vielleicht sind wir unten auf Tasmanien oder sowas. Aber, Paws Arthur, York. Warte mal, aber York? Finden wir York vielleicht? Das müsste hier doch auch irgendwo sein, York. Das hatten wir neulich gefunden. Habe ich noch Witze drüber gemacht? Mhm. Wie, was? Das ist ganz schön Teamverse. Ach nee, Tamverse. Corner. Maris, Davenport. Aber, das sind auch tausende Kilometer hier, ne? Wir befinden uns in irgend so einem kleinen Stück halt nur. Wo wir auch oft waren, hier unten drin zum Beispiel. Manchmal ist das richtig schwer. Bei Perth meint ihr? Okay, ich gucke mal. Margaret River, Denmark. Also, Dänemark haben wir gefunden. Albany hatte ich ja auch schon. Manduras. Meriden, da. Och, krass. Bruce Rock, da ist es. Jawohl. Danke. Mein Gott, da hätten wir uns zu Tode gesucht. Nicht? Australien ist so riesig. Und ich sehe es ganz oft nicht, solche Sachen. So, aber es ist 125 Kilometer weg und wir sind jetzt in Quangang Gagel Gagel. Und das liegt Richtung Osten. Also, sind wir irgendwo hier? Das sind 100 Kilometer. Das sind 100 Kilometer. Also, sind wir ungefähr da. Aber warum gibt es den Ort, in dem wir sind, nicht? Ich meine, Bruce Rock ist 76 weg. Das ist ja hier. Wart mal, dann sind wir hier. Oder hier, da, Crudderling, auf der kleinsten Straße in der Mitte. Was ein Scheiß. Mein Gott. Fies, nicht wahr? Und wir stehen an der Post und der Shire Hall und vor den Schienen. Die Schienen sind Richtung Süden. Okay, dann müssen wir hier. Das ist die Bakery. Dann stehen wir hier wahrscheinlich. Public Toilets. Straßennamen wäre trotzdem nicht schlecht. Die hier geht einmal rum. Wo haben die denn ihre Straßennamen? Normalerweise über der Straße, nicht wahr? Ups. Da. Je ne bern Ring. Okay. Ecke. Ja, muss McLiener sein, nicht? Hier ist York Meriden Road. Hier ist der Park, wenn wir hinfahren. Hier ist Shire. Da ist Shire. Mann. So, Shire of bla 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 und wir stehen in der Straße, die von dem Ding westlich ist. Also doch hier. Aber das ist krass, dass das da hinten angezeigt wird. Das sind ja eigentlich denn die Public Restrooms hier. Der Shire ist dann eigentlich erst das hier. Aber anscheinend haben sie den weggerissen für einen Parkplatz. Weil eigentlich war da Arthur Kelly Village und dann Shire of Quariding. Ah, da steht's ja dran. Shire of Quariding. Okay. Dann ist das hier Shire Hall. Alles klar. Da, Town Hall. Okay. Passt. Finish. 4,90 Meter. Und damit haben wir 18.000 Punkte. Sehr geil. Wir waren in Bolivien. 5 Minuten 29. Da hatten wir richtig Glück. Wir waren in Koko Skilings. Gut, da haben wir uns ein bisschen Zeit gelassen, nicht um die schöne Insel einzugucken. 9 Minuten 16 und 10 Minuten 27 in Australien. Sehr starke Runde. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.